Ja hallo und herzlich willkommen bei moto.ch. Heute dreht sich bei uns alles um dieses Gerät, die Vision. Das ist ein Head-Up-Display. Ein Head-Up-Display, das kennt man beispielsweise aus den Iron-Man-Filmen, wenn bei ihm im Helm hier alles angezeigt wird, wo es durchgeht, ist auch bekannt natürlich aus den Helmen von Jet-Piloten und spätestens eben seit diesen Iron-Man-Filmen findet das alle richtig cool und dadurch haben sich dann auch viele Hersteller gedacht, das könnte man doch in Motorrad-Helme integrieren. Ich habe von Jahren schon mal ein solches Gerät getestet, das war von Nuvis. Das hat per se auch funktioniert, aber es war richtig groß, also ein richtig großes Teil, das hier am Kinn außen befestigt wurde und dann das Display hier unten unter dem Auge war. Das war dann optisch natürlich nicht ganz ideal, es war auch relativ schwer und hat die Aerodynamik des Helms beeinflusst. Dieses System von D-Vision hier, ihr werdet es sehen, ich blende euch das ein, ist jetzt deutlich kleiner geworden. Es wird hier oben an Helm befestigt und ist damit optisch und praktisch schon mal ein großer Fortschritt zu diesem älteren System. Wie das genau funktioniert und ob es uns gefallen hat, das schauen wir uns jetzt an. Okay und wie hat das jetzt in der Praxis funktioniert? Also die Installation, die war schon mal ziemlich einfach. Es gibt eine Anleitung, es gibt auch Videos, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das an verschiedenen Arten von Helmen zu befestigen. Ich hatte Glück, bei meinem Helm musste ich nichts kleben oder ähnlich, sondern ich konnte mit dieser Adapterplatte einfach zwischen Außenschale und Innenschale reinschieben und das System wird dann, die Einheit an sich wird dann magnetisch eingeklickt. Dann kann man noch ein bisschen ausrichten, dass es im richtigen Ort ist, das hat wirklich schnell funktioniert. Auch die Inbetriebnahme des Geräts hat einfach funktioniert. Ich habe das aus der Box genommen, angeschlossen, aufgeladen, gestartet, App runtergeladen, verbunden, hat alles auf Anhieb funktioniert. Auch die App an sich hat für mich ziemlich schnell funktioniert. Ich konnte dann da meine Ziele eingeben und mich via dieses Gerät navigieren lassen. Wichtig ist, die Navigation und das Kartenmaterial, das ist in der App. Das ist nicht, du kannst nicht über Google Maps gehen und dann das so aufs Display einspielen lassen, sondern die Karte muss übers App geladen werden. Funktioniert aber eigentlich ganz gut. Auf der Straße, ich habe das zuerst hier in der Stadt getestet, war ich auch eigentlich ziemlich überzeugt davon, weil gerade hier in Zürich, ich als Nicht-Zürcher, kenne mich da immer noch nicht wirklich aus und bin froh, wenn ich eine Navigation bei mir habe. Und da hat das System eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich konnte hier oben im Augenwinkel dann jeweils sehen, muss ich da vorne links, muss ich da vorne rechts. Das ist auch schön angezeigt mit den verschiedenen Linien. Also wenn jetzt das zweispurig ist, zeigt es einem auch an, dass man auf der rechten oder auf der linken Spur sein muss. Das ist hier in Zürich manchmal noch wichtig, weil die Straßenmarkierungen, die sagen, ja, ist egal, bleib auf einer der beiden Spuren und plötzlich musst du die Spur wechseln. Und weil die Schweizer einem nicht allzu gerne Spur wechseln lassen, wenn man zu spät dran ist, ist es dann etwas mühsam. Darum, das ist wirklich gut gelöst. Ich hatte aber auch ein, zwei kleine Probleme und ein, zwei kleine Dinge, die ich denke, könnten verbessert werden. Und zwar war ich einmal unterwegs, als es wirklich kalt war. Und dann ist nicht nur meine Scheibe des Helms, sondern auch die kleine Scheibe des Division angelaufen. Und dann musste ich das Helmvisier aufmachen, damit die wieder klar zu sehen war. Ansonsten hatte ich keine Probleme mit der Sichtbarkeit, auch bei starker Sonneneinstrahlung. Also das ist ein Fortschritt gegenüber dem älteren System, das ich auch mal getestet habe. Es bleibt bei aller guter Funktionweise das Division. Also aus meiner Sicht wirklich, wer aktuell ein Head-Up-Display haben möchte, der ist beim Division sehr gut bedient. Weil es macht, was es sagt, dass es es macht. Und es macht es gut. Und es macht es besser als andere Systeme, die ich auch schon getestet habe. Die Frage bleibt natürlich, braucht man sowas überhaupt im Grundsatz? Denn viele Motorräder kommen ja mittlerweile mit Connectivity. Und dann kann man sich die Navigation beispielsweise und auch die Anrufer und so weiter auf dem Display anzeigen lassen. Dann braucht man eigentlich gar kein zusätzliches Head-Up-Display. Oder man packt ein Navi oder das Handy als Zubehör aufs Display, also irgendwo ans Motorrad ran, wenn man kein Motorrad hat, mit dem man es verbinden kann. Man muss natürlich bei all diesen Sachen dann nach unten schauen. In meiner Erfahrung ist es aber nicht ein wahres Problem, wenn man jetzt sich nicht irgendwie gerade einen Film anschauen will, kurz unten schauen, wo man abbiegen muss. Denn auch mit dem Head-Up-Display muss man natürlich den Blick, den Fokus von der Straße nehmen. Der Vorteil ist natürlich, in der peripheren Sicht ist man immer noch auf der Straße, auch wenn man kurz hier nach oben schaut. Aber es ist nicht so, dass man sich komplett auf die Straße fokussieren kann, hier in der Mitte, hier vorne 300 Meter, 200 Meter entfernt und dann gleichzeitig hier das Display lesen kann, weil natürlich muss das Auge auf die jeweilige Distanz fokussieren. Es ist aber sicher ein Fortschritt gegenüber dem Display, wenn es darum geht, nach vorne zu schauen und gleichzeitig zu sehen, wo man abbiegen kann. Was aber, wenn es wirklich extrem wichtig ist, dass man nicht von der Straße wegschaut, noch besser wäre, wäre die Navigation beispielsweise über Audio, also über ein Headset und dann über die Sprachsteuerung. Das funktioniert meines Erachtens auch sehr gut, kann natürlich bei komplexeren Situationen nicht ganz so genau sein wie jetzt hier. Das Head-Up-Display, das mir wirklich auch die Spuren anzeigt, ermöglicht aber dann wirklich einen hundertprozentigen Blick auf die Straße. Also das Division Head-Up-Display positioniert sich da irgendwo in der Mitte, also mit der Sprachnavigation via Headset, komplette Konzentration optisch auf die Straße, Navigation via Handy oder Navi oder Display, da braucht es kein zusätzliches System, dafür muss man halt runter schauen. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie das Motorrad so ausgelegt ist, es gibt ja Motorräder, da ist das Display ziemlich hoch, also eigentlich im Sichtfeld positioniert, da muss man dann auch weniger wegschauen, hat die Peripherie auch immer noch im Blick. Wenn man jetzt ein Motorrad hat, wo man weit nach unten schauen muss, da ist dann die Peripherie etwas eingeschränkt und da könnte dann ein System wie Division große Fortschritte machen. Nach wie vor bin ich aber der Meinung, dass es vor allem etwas ist für Leute, die Spaß an Technik haben, die wirklich etwas Neues mal aufprobieren wollen und die das cool finden. Es hat einen praktischen Nutzen, aber es ist nicht das einzige System, das so etwas kann. Aber zum Schluss als Fazit, Division macht absolut, was es soll, es funktioniert aus der Box, es ist einfach zu bedienen, es ist einfach zu installieren. Die Frage muss einfach sein, brauche ich sowas, will ich sowas oder komme ich ganz ohne klar. Das war es mal zum Test des Division Head-Up Displays. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like, da abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Ciao.